Der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, hat angekündigt, die Corona-bedingten Einschränkungen wieder zu lockern. In einer ersten Phase sollen Baustellen und Fabriken die Arbeit wieder aufnehmen. Wenn es dann nicht zu einem erneuten Anstieg der Ansteckungsrate kommt, werde es weitere Erleichterungen geben. Ein Zurück zu gestern dürfe es trotzdem nicht geben, mahnte Cuomo. Wir haben viel gelernt, auf die harte Tour, aber wir haben viel gelernt. Das ist es, was Neudenken für mich bedeutet. Wie ziehen wir aus dieser Lektion, dieser Pause im Leben die richtigen Schlüsse, damit wir sagen können, wir werden etwas verbessern, wir werden unser Leben neu denken und verbessern nach dieser Pause. Es geht darum, vorwärts zu gehen, darum, auf diese Erfahrung aufzubauen und etwas Positives daraus zu machen. Cuomo sagte weiter, Veränderungen zu erreichen sei sehr schwer. Das gelte für einzelne Menschen und die Gesellschaft als Ganzes. Wer sich aber nicht verändere, der wachse auch nicht. Jetzt seit der Zeitpunkt, etwas besser zu machen.